Jo, was geht ab, Leute? Wir sind hier heute bei geilem Wetter unterwegs und wollen Leute interviewen. Wir stellen Fragen auf Deutsch und sie antworten auf Mongolisch. Hallo, mein Lieber, wie geht es dir denn heute? In Yeltsa. Sehr schön, und was machen sie denn so gerne in ihrer Freizeit? Sich um Echel-Ski. Sehr schön, und was machen sie denn so gerne in ihrer Freizeit? Sehr schön, hätt ich auch von dir erwartet, so wie du aussiehst, ja? Hallo, was mögen Frauen denn an ihnen? Nein, finde ich es riesig. Hallo, junger Mann, sind sie verheiratet? Meine Frau ist sehr schlecht. Super, das war perfekt, ja? Das war's auch schon, danke schön. Hallo, junger Mann, wie fühlen Sie sich denn heute? Meine Eiermüffeln, ich muss mich faschen. Perfekt. Guten Tag, junge Dame, Sie riechen gut, ist das Parfüm? Meine Fürsse-Eichen-Eil. Hallo, junger Mann, finden Sie, ich rieche gut? Ich darf ich nicht in den Fuß schnuppeln. Entschuldigung? Wohin des Weges? Ich scheiß Mueh-Mueh-Fleisch in Sieh-O-Seh. Jo, dicker, hast du den Leuten noch was zu sagen? Hauwö und ihren Sohn, ziebs aufs Maul. Plan.